Egal Bei mir nicht Aber bei mir schon Tja, jetzt slidet er, nachdem du die ganze Zeit hier Anweisungen gegeben hast Guck mal, ihr slidet hier Ja, jetzt ist er der Slide Meister Klapp Eis, Alter Mach die Tür auf Mach die Tür auf 3, 2, 1 Er kann auch durch die Fenster gucken Ok, ich renne Er kann auch oben auf dem Dach sitzen Ich sehe bisher nichts Nichts gesehen Dachprüfung ergibt nichts Boah, Alter Ich dachte schon, er steht hier vorne Matthias, komm zurück Er ist hier keiner auf dem Dach Ich muss doch jemand nachladen Vielleicht im Gebäude, Jungs Guck mal im Gebäude nach Ja, ich geh mal Ich bin tot Ich bin tot Lothar, ich bin tot Was ist das denn? Ich hab keine Ahnung warum Wo bist du? Hey, Kollege Du slidest ein bisschen durch die Gegend Warte Wie ist das? Wie ist das? Mal mit Waffe rauf oder ablegen Wieso? Dass du aufhörst und slidest Und nicht so durch die Gegend wachst Genau, genau Leg mal kurz deine Waffe ab Das sieht ja geil aus Das sieht ja geil aus Du bist doch der mit Helm, oder? Du bist doch der mit Helm, oder? Ich bin der mit dem orangen Rucksack, Matthias Wieso rennst du weg? Tust du nicht Sind zwei orangen Rucksäcke, mein Junge Sind zwei orangen Rucksäcke, mein Junge Ja, wir kommen uns erst mal um Ja, ganz genau Er sucht sich jetzt die Zeit Er hat die Zeit jetzt Und der andere sucht sich noch mehr Zeit Weil er in Ruhe gelassen wird Matthias, ich geh hoch Ich geh auch hoch, ja Den du auch nicht verfolgt hast Den können wir jetzt nicht mehr orten, ne? Egal Der ist jetzt oben, der eine Ganz oben? Nö Hab ihn, er ist down Hab ihn, er ist down Sehr gut, dass wir nicht Matthias, pass du auf Er blute noch Er blute noch Er lebt noch, geh weg Er hat ne Knarre irgendwo Jetzt ist er tot Er hat ne Knarre irgendwo Da kommt noch einer hoch Jo, er läuft schon Hast du ihn gesehen? Nein Ich lauf runter Ich lauf runter Doch du hast Kindergeburtstag Schlebt man den Top Und es geht an 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 Beschäftigung Lock ihn weg vom Gebäude Jack ihn weg Ich hab ihn einmal erwischt Ist er tot? Nein, er ist nicht tot Lock ihn weg vom Gebäude Weit weg Ja, ich versuch's Er hat diesing Ding Schlebt Und es geht Schlebt 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 Ja, ich vertrabe Schlebt 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 Ich glaub ich bin tot, ich weiß es nicht Ja, er hat Deezing ganz schön viel Er hat nütz'n Deezing, Alter Tief'n Deezing, Alter, oder bist du n Schwimmer, du Spasti? Hab ihn getroffen, er ist tot, der Wichser, er ist tot, er ist tot, er ist tot! Ja, nein, nein, nein Ein kleiner High-Five hier, oder was? Nein, 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 hier! Ja, ich krieg sie hier Wer spielt bei euch, Paddy, Marci? Ja, ich Hier, Marci gekriegt Komm hier hoch, der andere Spasti, der hat was zu essen, Alter Ja, warte, ich will nur mal eben kurz looten Hol dir was, ich brauch aber auch was, ey Aber der hat alles ruiniert Nee, essen ist nicht ruiniert Ich brauch langsam auch essen, ey Lothar, mein Junge, die haben wir alle platt gemacht, Alter Bist du das überhaupt? Das bist du hier, oder? Ja Ja Matthias? Was? Das gehört? Das warst du, Lothar Nein, das war ich nicht, ohne Scheiß jetzt, ich schwirre es dir Matthias, ich geh hoch, ich muss was essen, ne? Bevor ich runter geh Guck du mal, dass keiner hochkommt Wer kommt denn hoch? Ich bin das, ich bin jetzt an der Leiche Du bist... Ey, da steht gerade eben jemand vor mir, der nicht du warst Da hat doch gerade einer gesprochen Boah, boah, boah Da ist einer Ja, warte Aha, ja, he thought I was you Mach ihn weg, mach ihn weg Mach ihn weg, mach ihn weg Ich bin fucking hilarious Ich bin fucking hilarious Ich bin wilder, Mann Was? Was? Suck Du're gonna die, motherfucker Yo, bitch Why am I gonna die? Bei M73, was ist das? Hau ihn in Ruhe kaputt, da ist noch einer, der schießt Ich halt den Rücken frei, Lothar Was? Rack? Rack? Deine Schnellfeuerpistole, nicht dein Schuh Die Rack, oder was? Ja Okay Hau ihn kaputt, Lothar Ich hab 25er Ich hab kaum Leben und die uns schieß ich weg, wenn du kannst Oh You're gonna die, motherfucker Oh man, so sorry, yo Ich komm hoch, Lothar Ja Matthias war mir eine Ehre Danke, Mann, mit dir auch Wir haben gut viel geschafft, Alter Oh, ihr Opfer Ey, motherfucker Dann gebt ihr schon auf, Lothar Go down and fuck off Ey, du, 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 du Du sitchst hier in der Herd Ein Verteiler Er ist ein Stockwerk unter uns Genau eins Matthias, ich habe eine Flashbang, Mann Vorsche, mach es runter Ja, du musst mir Deckung geben, ich muss eben auch stehen Kann ich nicht, sie rennt zur anderen Treppe Du gehst da weg? Die perfekte Position, Alter Die kommen jetzt, warte, warte Warte, warte, ich schmeiß die Flashbank, warte. Ja, das will nicht springen, oder? Yo, die ist unten im Flashbank, Matthias. Los, 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 los! Scheiße, einen hab ich aber, einer ist down. Ihr Wixer, Matthias, wie sieht's bei dir aus? Ich bin im Blumen. Alter, ich hab die mit der Flashbank erwischt, die wussten nicht, wo sie hinschießen. Hey, Alter. Das ist geil. Sorry, man. Oh, Ray-Wilding's Taktik, man. Sorry, man. Hab den Zweiten erwischt. Und mach dir nichts weg, mach dir nichts weg. Na, meine Rind nicht beim Laden. Kannst du dir nicht ne Knarre schnappen, oder was? Nee, ne? Hey, Mann. Just die. Come on. You got no chance. Zombie and me. You got no chance. Really. Drei Leute volle Griff, Alter. Ich pass es dir. No fucking chance. Sorry. Hahaha. Hahaha. Matthias, mach dir nichts weg, Alter. Mach dir nichts weg, Alter. Mach dir nichts weg. Fuck up. That boy needs therapy. Fuck up. 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 Fuck up.